Unsere Zusammenarbeit basiert schon auf einer über 20-jährigen Tradition. Wir haben früher vor allen Dingen Lohnverzahnung gemacht für die Firma ERKOP. In der Zwischenzeit hat sich das Blatt ein bisschen gewandelt. Wir beziehen jetzt selber auch Drehteile, Frästeile und vor allen Dingen in einer sehr hohen Qualität und sehr präzise zum Termin auch.